Hallo Bücher, ihr Lieben. Heute schauen wir wieder ins Light Sears Tarot und wir sehen mal nach, was die Tageskarte so bringt. Wunderbar, die Acht der Stäbe. So was möchte ich jeden Tag sehen. Das sind gute Neuigkeiten, die zu uns kommen. Die sind teilweise ein bisschen überraschend, aber sie sind aus deiner Interpretation sehr positiv. Das heißt zum Beispiel, für diejenigen von euch, die gern schwanger werden wollen, da kommt die Nachricht, ja, sie sind schwanger. Ja, für diejenigen von euch, die gerne einen neuen Job haben wollen, ja, da kommt die Nachricht, ja, wir hätten sie gerne eingeladen zu uns. Nicht nur vielleicht auf ein Vorstellungsgespräch, sogar vielleicht, dass sie wirklich den Vertrag schon unterschreiben. Für diejenigen von euch, die nach Liebe suchen, da kommt vielleicht eine SMS rein, wo jemand schreibt, hey, wollen wir mal auf einen Kaffee gehen und euer Herz schlägt höher. Also hier können sehr, sehr positive Nachrichten in unser Leben treten und jeder von uns sucht ja gerade nach etwas anderem. Und insofern ist das natürlich für jeden von euch verschieden, was das ist, ja, aber es ist auf jeden Fall aus eurer Sicht etwas sehr Positives. Das Einzige, was mit der Karte vielleicht ein bisschen anstrengend ist, ist, dass es so extrem schnell geht. Das heißt, ihr seid vielleicht am Anfang, im ersten Moment, whoops, ein bisschen überwältigt von dieser Info, ja, weil es kommt alles sehr plötzlich. Aber das Gute ist, dass da Sachen in Bewegung kommen, ja. Und es muss ja irgendwo einmal was weitergehen und insofern ist diese Karte ja sehr positiv. Außerdem übrigens ist das eine Feuerkarte, das heißt, das ist die Karte von Witterlöwe und Schütze. Und wir schauen jetzt mal, was da für ein Zeichen rauskommt. Glückszeichen heute interessanterweise wieder der Skorpion und Glückszahl die Elf. Ich freue mich, dass du dabei warst. Unter diesem Video findest du einige Informationen, unter anderem dein Reading für das ganze Jahr 2022. Ich hoffe, du lässt ein Like unter diesem Video, abonnierst vielleicht sogar den Kanal. Beides ist vollkommen gratis für dich und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss!